Jo Leute, was geht ab? Angriff für Schammstadt. Heute mit einem neuen YouTube-Video. Dieses Mal geht es mal wieder um Diablo 4 und nicht um Diablo 2. Keine Sorge, da kommen auch wieder Videos dazu. Aber es kam jetzt vor 10 Tagen ungefähr IGN-Videos raus mit den Interviews mit den Diablo 4-Developern. Außerdem gibt es haufenweise Leaked-Content zu der NDA-Beta auf YouTube, auf Reddit. Und zwar da habe ich mal so die groben Informationen zusammengefasst, die wichtigsten. Und würde es euch jetzt gerne mal zeigen, damit ihr quasi alles auf einem Fleck habt und euch nicht durch YouTube und Reddit durchsuchen müsst. Bevor wir aber anfangen mit dem Video, würde ich mich natürlich megamäßig über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo, wenn euch das Video und generell der Content auf dem Kanal gefällt. Außerdem habe ich einen Discord mit einem Anni-Tracker und einem Diaklone-Tracker. Da wird es auch in Zukunft noch mehr zu Diablo 4-Content geben. Und ich schiebe aus dem 4-mal-die-Woche auf Twitch. Montag, Donnerstag, 20.30 Uhr. Freitag, Samstag, 23.30 Uhr. So, bevor wir reingehen, eine große Spoiler-Warnung. Denn jetzt kommen einige Infos, die ihr vielleicht nicht wissen möchtet, wenn ihr euch komplett überraschen lassen wollt. Weil es sind dann doch ein paar Leak-Informationen. Deswegen abschalten, falls ihr da irgendwie nicht überrascht werden wollt. So, fangen wir an. Erstmal, ich glaube, das Größte überhaupt ist, es soll angeblich im April rauskommen. Also April 23 soll Diablo 4 wohl rauskommen. Denn es ist wohl schon an mehrere Händler schon Invites bzw. E-Mails rausgegangen zu Vorbestellungen und so weiter. Und auch generell soll wohl im April oder Anfang Mai das Spiel rauskommen. Ich würde mich natürlich megamäßig freuen. Hoffen wir, dass es bis dahin auch fertig wird und Activision quasi nicht wieder Druck macht, wie es damals bei Diablo 3 war. Und wir haben im Endeffekt ein komplett unbalanced und unfertiges Game bekommen. Außerdem ist es wohl am 6. Dezember. Da ist wohl die Gamevation oder sowas. Und da sollen wohl noch viel mehr Informationen zu Diablo 4 erscheinen. Die ganzen Informationen da wohl von der NDA-Beta, ein neues Quarter-Update und dann wohl auch das finale Release-Date. Wir sind mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall megamäßig, denn es wird auch für der Diablo 4 Open Beta dann hauptmeise Content auf meinem Kanal geben. So. Dann aber erstmal zur Open Beta, denn da haben sie in diesem IGN-Interview ein paar interessante Dinge gesagt. Also es gibt A, wird es die Main-Story-Quest geben, an der man sich entlanghangelt. Und dann wird es noch so ein paar Side-Quests geben, die man immer wieder machen kann. Skill-Punkte bekommen, wie zum Beispiel die Den of Evil-Quest in Diablo 2. Das Coole dabei ist. Man kann auch Skill-Punkte für seinen Altschar bekommen. Außerdem, was ich finde eine sehr coole Änderung ist, man kann quasi sich entscheiden, machen wir zum Beispiel erst Akt 2, Akt 4 oder Akt 1. Da bin ich echt mal gespannt, wie sie das hinkriegen mit der Story, damit das überhaupt so funktioniert. So haben sie es da quasi in WoW auch schon seit paar Addons gemacht und das ist, finde ich, eine sehr smart Idee. Macht es alles viel besser, denn das Schlimmste ist wirklich wie bei PoE, dass man, weiß ich jetzt, mit fünf Chars in einer Season immer wieder die gleiche Kampagne zocken muss. Und ganz ehrlich, ich zocke immer einen Chars in PoE und danach habe ich schon keine Lust mehr, weil ich wirklich nicht jedes Mal diese ellenlange Kampagne durchspielen möchte. Aber sie haben auch gesagt, es wird nicht so wie bei Breath of the Wild sein, dass man quasi einfach in die Welt reingeschmissen wird und sich dann hochzockt. Also wirklich wie so ein roter Faden mit der Main-Story-Quest und dann mit Side-Quest und so weiter sich da selber so seine Story bisschen zusammenbauen kann. Finde ich relativ gut. Wenn sie es natürlich gut hinkriegen, dann kann es eine super Sache werden. Außerdem, was natürlich sein oder geben soll, wurde ja schon öfters erwähnt, World-Bosse, das sollen es wohl fünf Stück an der Zahl jetzt sein. Laut der NDA-Beta oder laut Reddit, zumindest einen Reddit-Usern, die Achievements gepostet haben, dass es wohl fünf Stück gibt für die fünf verschiedenen World-Bosse. Kann natürlich auch sein, dass Blizzard da noch mehr hinzufügt. Aber ich denke mal, dass es auch relativ viele sind, wenn die auch gut Loot und so weiter droppen. Darauf ich sage, dass sie natürlich auch lohnen, die zu machen und man die quasi nicht einmal quasi die Woche irgendwie mitnimmt, um irgendwie so ein paar Muts zu kriegen, sondern dass sie auch schon was Cooles droppen kann. Außerdem sollen wohl laut Märchen-Usern sowas zum Beispiel wie der Batscher rumrennen. Also nicht als World-Boss, sondern einfach als normaler Mob. Also jeder, der von euch Diablo 1 und Diablo 3 gespielt hat, kennt den guten einen Batscher. Der soll wohl einfach in der Gegend rumlaufen und den kann man wohl killen und dann auch Loot kriegen. Wäre natürlich mega cool und das macht diese ganze Open-World natürlich viel attraktiver und auch viel cooler, wenn man auf solche Events stoßen kann. So, außerdem, was es ja gehen wird, sind diese World-Tiers, wie Sie im Interview angesprochen haben. Die sind ein bisschen vergleichbar mit den Torment-Stufen in Diablo 3. Man kann anfangen mit World-Stufe 1 und 2, das ist ein bisschen wie normal, bis hart in Diablo 3. Das ist so für ein Anfang und dann ab Level 50 wirklich die World-Stufen 3 bis 5 und die jeweiligen World-Stufen schaltet man dann durch die End-Bosse frei. Also, wenn man die End-Bosse killt auf World-Stufe 3, schaltet man 4 frei und so weiter. Und die Stufe 5, oder ich glaube, es geht sogar höher dann auch noch, bis 9 oder sowas, soll dann wohl auch zum Endgame, also zum Paragon Level 100, einen sehr schweren End-Boss haben. Da bin ich natürlich sehr gespannt, weil es ist ja so, man levelt bis 50 und ab Level 50 bis 100 hat man dann diese Paragon-Punkte, die sind gecappt, was ich sehr gut finde. Ich hoffe natürlich, dass es wie bei PoE und Diablo 2 ist, dass es ein langer Grind ist, dass man quasi viel zocken kann und man das quasi nicht innerhalb von, weiß nicht, drei, vier Tagen hat und man quasi nur durch Items levelt, weil das war meiner Meinung nach einer der großen Kritikpunkte an Diablo 3. Diese Charakter-Progression, Loot und Leveln hat man wirklich nicht in Diablo 3 gehabt und es wurde schnell abgeschlossen und auch das aktuelle Paragon-System in Diablo 3 fühlt sich da nicht wirklich cool an, da ist es in Diablo 2 und PoE einfach meilenweit voraus. So, außerdem, was noch cool ist mit diesen World-Tier-Stufen, das ist wohl so wie TC85-Gebiete in Diablo 2, denn es wird wohl ab einer gewissen World-Tier-Stufe auch exklusive Items droppen können. Es gibt zum Beispiel Sacred und Ancestral-Tears, das sind quasi Legendary-Items mit höheren Stuts, da bin ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil wir kennen es ja von Diablo 3 mit diesen Primal-Items, die quasi einfach die Items bloß noch mal mit besseren oder mit Max-Stuts haben. Hoffe ich natürlich, dass sie das gut hinkriegen, denn ich möchte quasi nicht ein geiles Einempfinden und mir denken, oh, ist das aber irgendwie doch nicht so geil, weil ich habe es ja nicht in Sacred oder in Ancestral bekommen, zum Beispiel genommen einen Griffins, man weiß, wenn man das in Diablo 2 findet, das ist das Ultimative überhaupt, man kann ein neues Build bauen und das gibt es auch nicht besser, klar, es hat auch mal diese gewissen Stufen zwischen dem Enemy-Lightning-Damage, aber das ist auch ja nicht so gravierend. Deswegen hoffe ich wirklich, dass sie das gut hinbekommen mit diesen Stufen und dass die Itemisation darunter nicht leider nicht so eindimensional wird. Außerdem wird es exklusive Unix geben und das finde ich eine sehr geile Idee, dass es quasi dann zum Beispiel wie ein Griffins bei Diablo 2, das nur in den höchsten Gebieten droppen kann oder eine T-Rex, Mite und so weiter und das finde ich echt cool, denn meiner Meinung nach wird Diablo 4 auch mit einem guten Skill-Gee und einer guten Itemisation stehen und fallen. Wenn die zwei Sachen schlecht sein werden, wird auch das Game floppen. Deswegen, da bin ich sehr gespannt, auch in der Vorschau, sie haben mal drei Items gezeigt und schauen wir mal. Zu der Itemisation und zu dem Skill-Gee in generell mache ich aber noch ein extra Video, denn da habe ich noch ein bisschen mehr Informationen, das aber einfach den Rahmen von den Videos sprengen würde. Ich wollte es noch einmal kurz anschneiden, noch kurz zu dem Skill-Gee, der befindet sich wohl inzwischen in der vierten Iteration und der sieht wesentlich anders aus. Am Anfang war es einfach so wie so ein, wirklich wie ein Baum. Inzwischen ist es schon so mehr PoE-mäßig, aber sie haben auch klar gesagt, es soll komplex sein, denn zum Beispiel Rob Ferguson, glaube ich, der Lead-Developer, mag auch so Theory-Crafting, aber natürlich, es soll nicht wie bei PoE sein, also jetzt natürlich nicht genau, aber es soll nicht wie bei anderen Spielen sein, wo man quasi nur so PoE-Bilder nimmt und das finde ich natürlich auch echt gut. Klar, ich liebe PoE, aber ich finde auch, selbst ich, der 4000 Stunden in PoE hat, brauche immer noch den PoE-Bilder, um überhaupt einen Char-Lauf für dich machen zu können, was ich auch nicht so ganz geil finde. Deswegen hoffe ich, dass sie da einen guten Mix dazwischen finden und es gibt wohl aktive Spells oder aktive Skills, die man aktiv skillen kann, zum Beispiel Reign of Arrows beim Rogue und dann kann man passive Skills wie so Synergien skillen, die dann den Skill verstärken und ein bisschen wie bei Diablo 2, aber dazu komme ich ja in dem nächsten Video noch und erkläre ich das alles auch mit Itemization, wie gesagt, auch mit paar Leaks von der NDA-Beta und vom Reddit. So, außerdem, was ich noch bemerkt habe, dass es sehr, also dass die Welt an sich sehr cool aussieht. Ich habe auch in diesen Leaks gesehen, zum Beispiel, dass die Spieler doch sehr positiv überrascht sind und dass es denen auch sehr gefällt. Also, da bin ich echt gute Hoffnung, dass das Spiel wirklich der Diablo-Nachfolger ist, den wir uns alle wünschen und ja, warten wir es mal ab. Demnächst sollten wir dann mehr Infos auch kriegen. Am 6. Dezember tatsächlich sollten die Infos eigentlich für das restliche Diablo 4 rauskommen und dann schauen wir mal, was uns das Ganze noch bringt. So, dann war es es wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte euch mal ein bisschen abholen und euch zeigen, so was in diesen ganzen Interviews alles besprochen wurde und mit den neuesten Infos von Diablo 4. Ich würde mich natürlich megamäßig freuen, wie am Anfang gesagt, über einen Daumen nach oben und über ein Abo, wenn euch das Ganze gefällt und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch genauso auf Diablo 4 freut, wie ich das tue. Dann bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!